Das Haus mit dem 3. Dach Atmatierhaus an der linken Seite. So, wir queren jetzt die Glacia-Allee Richtung Plaza España. Wir fahren durch diese Arago-Straße, eine wichtige Straße, die dann die Autobahn verbindet mit dem Espana-Platz. Einer der wichtigen Plätze unserer Stadt wieder. Links die schöne Häuser, die ins Riesbad hängt. Wie gesagt, dass man so viele Leute besichtigen kann.